Schade eigentlich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da so ein bisschen rumlaufen können. 100%. Echt? Yes. Meine Tasche ist nicht mal halb voll, ne? Ich hab einmal ausleihen müssen. Ach nee, aber ich hab ja auch aus gelernt. Stimmt. Trotzdem ganz schön wenig. Ich wär voll gerne in die Gebäude gegangen. Hier ist unter uns. Könnte man höchstens noch mitnehmen, hier. Oh, das Fragezeichen. Hm. Na gut, das ist hier direkt gegenüber, die Insel. Ja gut, meine Rüstung ist halt ganz schön am Arsch, ne? Schau mal, das ist links. Ne, das ist ein anderes Post. Könnte gerne mal rüber haben. Es sind zwei Inseln. Ich glaub, die linke davon ist besetzt und die andere, glaube ich... Wir werden sehen. Ich würd jetzt mal direkt hier... also direkt gegenüber, ne? Hm. Sieht aber auch nach Festung aus. Auch nach einer ganz großen Festung. Ja, ich... also da würd ich mich... ich würd mich echt gern reparieren. Ich bin ziemlich broken, ne? Die... der Erlöser-Clone. Ich schau mal auf die andere Seite noch kurz rüber. Nein. Dann komm ich auch zurück. Ich fahr mal... ich fahr mal schon mal nach Hause. Einmal komplett reparieren. Ah, ich weiß nicht, ob wir das sonst überstehen, ehrlich gesagt. Dann können wir die gleich mitnehmen. Da wird das Mittel auffest tun... Kriegstreiber-Clone. Oh je... schon wieder... Ja, dann machen wir erst die Erlöser, würd ich sagen. Wenn man was zerlegt, kriegt man da eigentlich alles wieder raus oder nur ein Teil? Hab ich eigentlich gesagt gar nicht drauf geachtet Weil die Waffe ist kacke, weil du hast primär einen Korn zwar, aber du siehst dann den Gegner überhaupt nicht mehr Das packst du einfach in die komische Waffenkiste da Aber ich gehe mal davon aus, dass wir gleich wieder Besuch bekommen hier At home Er war jetzt nur Weile weg gewesen Netzwert für Besuch, müssen looten Ich weiß, aber es wird trotzdem gleich kommen Ja, finde ich auch nicht, wenn ich meine Tasche voll bekomme, ne, zum Lügen Bei dem Erlöser-Clan Erstmal reparieren Man weiß ja immer nie, was hier so angerauscht kommt auf einmal, ne? Da hat man das jetzt kann weg Da ist immer noch eine Flagge drauf gesetzt, dass die Insel nämlich auch weg zählt Was meinst du? Ja, weil wenn du unter Fraktionen schaust Oh, jetzt bei den Mutanten waren zwei Inseln-Nullfeinde Jetzt ist da nur noch eine Ja, ja, wir haben die vergessen Äh, gut, das kann man aber auch später erst Dass du Äh, Sachen drauf setzen kannst Nehmen wir nur kurz das Eisen mit Mach das mal Oh, Mann Wie hab ich das da blöd Pasifiziert Gut Tresor Ich hab meine Hoffnung, dass ich irgendwo noch einen anderen Händler finde Den gibt's nicht Ich bin mir sicher, dass wir dieses Kack-T-Shirt hier schon mal irgendwo haben Ja Was sag ich ja Staffelei finde ich ja ein bisschen sexy, ne? Was sag ich ja wohl ein bisschen weg Was sag ich ja? Hm Soh, hier Oh Gut Dann Was sind wir hier? Wir machen, wir machen Wir haben eine Menge Schrotpatronen. Wäre eigentlich eine Überlegung wert, eine Schrot zu bauen, wenn die so nice ist, oder? Was meinst du? Wenn die so übertrieben ist, ja. Ich guck mal gerade. Ich bin der Meinung, wir haben nämlich ... was davon da ... ja, haben wir. Wir haben einer. Wir haben sieben Stück, theoretisch. Was brauchen die? Die gute Waffe. Rüstung, Waffe. So. Gibt doch eine doppelläufige. Theoretisch. Ach guck mal, die ist ja easy. Also theoretisch macht die nur 25 Schaden. Ich baue sie dir mal. Du kannst ja mal ausprobieren, wie sie so ist. Ich bin mit meiner Pistole nämlich ganz zufrieden. Einfach fünf Teile. Scheiße, das hab ich nie geguckt. Das ist so Eis und eine Gummi. Kann ich dich mal für fünf Minuten alleine lassen? Natürlich. Oh nein, Thorsten. Ich werde sterben. Okay, hat er mal Schrot. Ja. Hat die doppelläufige ... Wie viel Damage machen die? Die macht 15. Was haben wir denn noch so eigentlich? Ich habe gerade die hier. Die 45er wäre eigentlich auch eine Überlegung. Habe ich die hier? Lass mal locken. Ja. Jo, machen wir auf. Gut. Hups. Ah, zack. So, nehmen wir das nochmal mit. Dann probiere ich nämlich mal die hier aus. Ich wollte einfach zweimal. Kann Thorsten hier auch was probieren? So, dann ist die neu und die neu. Die nehme ich. Die kommt raus. Schau mal. Ich werde das um. Schnell deine Leif und zu doubleche Figuag? Schneller. Schnellen. Schneller. Oh, ich glaube, ich muss mal Fisch braten. Es wird bereits etwas Leckeres gebraten. Nice. Okay, wir haben dafür nix. Was ist denn das hier drunter eigentlich? Da war echt wenig auf der Insel, ne? Muss ich sagen. So zum Looten und so meine ich. Das kann mit, das kann mit, das bleibt hier. Das kann da unten hin, das kommt raus. Er hat ja nicht gesagt, er hat Eisen gelootet. Wahrscheinlich in der Tasche, hm? Na ja. So, wir haben hier... Ach Gott, hier würde ich hin. Moment. So, fertig. Wir haben keine Zitronensamen oder so, ne? Ich nehme jetzt Erdbeeren. Oh. Theoretisch könnte ich noch mal Piss-Stymonie machen. Brauche ich aber gar nicht. So, ich glaube, ich würde mal... Die Frage ist halt, wo setzen wir so ein Ding hin, ne? So ein Lagerraum. Das ist so ein bisschen die Sache. Hm. Schon in die Base, ne? Wir könnten auch hier hinten einen kompletten Lagerraum draus machen. Dann müsste ich aber... Theoretisch können wir das eigentlich abbauen. Das war ja nur am Anfang. Ähm. Und dann muss das Ding aber auch weg. Witz, schalte, oder witz? Witz. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? So. Wo ist der Schrank da? Den stellen wir jetzt einfach... Wo stellen wir den hin? Wieder da. Okay. Ich habe dir mal eine Schrot gebaut. Falls du Lust auf eine hast. Die liegt in der oberen Kiste bei der Ente. Und alternativ habe ich dir auch noch eine Pistole gebaut. Also die gleiche, die ich mir auch gebaut habe. Ich kann ja da keinen Keller bauen, okay. Musste mal gucken, auf was du da so Lust hast. So habe ich die beide da reingetan, by the way. Ich weiß nicht, wo ich den Lagerraum hinstelle. Ich packe da dann die Stiefel mal hier rein. Wieso, ich habe doch... Ich will nicht wie eine Straßen... ...Dame rumlaufen. Das Lager aufs Dach? Nee, könnt ihr ja draufschießen. Ich werde es hier machen. Hier haben wir schon verstärkte Wände. Hast du dir die Waffen genommen? Ich bin auch im Ausleeren. Machen da jetzt mal die Dingskisten hin. Können wir von da hinten vielleicht mal umziehen in die Ecke. So. Wenn der Thorsten nochmal Zeit hat, dann kann er nämlich schön entspannt... Ich habe nie Zeit. Hallo, Guido. Kuss geht raus für 40 Monate. Küsschen, äh küsschen, äh küsschen. Küsschen auf Nüsschen. Also wenn das mal kein, kein großer Lagerraum ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr, du. So, die Dressel, ja. Na, Guido, was geht ab? Was machen Sachen? Also wenn du jetzt nicht glücklich bist, dann weiß ich aber auch nicht mehr, ne? Immer glücklich. Was ich noch für dich tun kann. So, schau mal. Wie finden sie das denn? Drehen sie sich mal um. Dann kommen sie mal her. Wie finden sie das denn? Haben sie Bock drauf? Na, endlich kann man mal sortieren. Endlich, ne? Du musst halt nur noch beschriften können, das fehlt ein bisschen. Ja, also das Ding ist, darüber kann ich halt auch leider... Also man könnte Schilder hinhängen, aber ich kann halt nichts beschriften, ne? Problematischerweise. Das Bild muss ich aber mal weghängen, weil das ist ja da ein bisschen... Hast du die Waffen jetzt genommen? Ne. Nimm jetzt die Waffe! Welche Waffe? Unter der Ente... Hör, wir mal. Ich hab dir ne Schrotflinte da reingepackt und dann ne Pistole. Musst mal gucken, ob du da Bock drauf hast, hab ich gesagt. Vorhin. Genau, weil wir haben super viel Muni. Schrotflinten-Muni. Aber die Pistole braucht die andere. Die braucht Pistolen-Muni, genau. Aber ich hab dir jetzt mal Schroti gebaut, damit du die mal testen kannst. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie sah denn der Nachladen aus? Warum? Du dir mal wie alle Knochen gebrochen hast, als du nachgelandet hast. Das war ein bisschen sehr wild, finde ich. Ja, wegen mir können wir los. So, warte mal, dann sollte ich mal kurz die Tasche wieder frei machen. Ja gut, Munition und sowas. Das ist ja schon in ihrem Platz, aber die anderen Materialien haben dann auch endlich mal einen vernünftigen Platz. Warte kurz. Äh, Holz loswerden. Wir wollen jetzt zuerst die grüne Insel. Wir wollen, achso, ja wie du willst, grüne Insel oder Cion? Ne, grüne Insel, oder? Hm. So, ich hab das, ich hab das, ich hab das. Ich bin aufgeladen, ich bin repariert. Bist du repariert? Yes. Dann kann's losgehen. Na, die alle von der Insel runter. Boote die alle weg. Warte mal, ich bin dafür, ich bin vielleicht schon seitdem rausgekommen. Ich liege im Bett und döse vor mich hin. Wie war denn I lay today? Wie war denn I lay today? Wäre gut diese, wäre gut. Ich bin gespannt, die macht theoretisch jetzt 20 mehr Damage, die Pistole. Ich bin gespannt. Was waren das hier, waren das hier diese Kriegstreiber, oder wer war das? Erlöserklang. Ach, Erlöserklang. Ich warte. Hm. Richtig große Inseln hier hinten, ne? Hm. Warte, ich bin gleich bei dir. Ich bin gespannt, ob die Schrot genauso viel Damage macht wie bei den NPCs. Hast du schon Musik, ich hab noch keine. Das Haus da wird nicht passieren. Ach, oben. Oben, oben, oben. Ich zählfe auf jeden Fall nicht so wie die anderen hier. Er tötet. Er steht richtig. Das kannst du vergessen. Ach, hier unten ist einer. Ja. Jetzt lad doch noch. Oh, die sind Two-Shot, die hier unten. Aua. Lade down hier unten. Oben steht noch einer auf der Brücke und da kommt noch einer. Klar, down. Hier oben. Hit. 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 Und down. Da ist noch einer hinter den, hinter der Palisade. Oh, den krieg ich nicht. Ich treff den, oder? Warte mal. Nee. Oh, der macht aber einen Schimmbums, meine Waffe. Au. Der macht auch einen Schimmbums. Ah. Hast du die Beuße schon gelootet? Ich brauche nämlich ein bisschen. Oh. Wo oben schießt einer runter? Geht den aber nicht. Der Palisade ist einer. Der hat ja den Fleisch dabei, der Idiot. Der ist ganz oben, ist der. Ach so. Geht den aber nicht. Wie kommen wir denn hoch? Ich noch nicht. Der hinten ist auf jeden Fall ein kleines Häuschen. Da würde ich mal zuerst hin. Okay, 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 okay. Au, au, au. Alles klar. Oh Gott, da oben ist er noch. Ich sehe den aber nicht. Wer denn? Ich weiß nicht, aber der kann auf mich schießen. Ah, jetzt geht's. Guck mal, der ist auch. Ah, da ist er. Okay. Der ist genau... Hm. Ah, der hat eine richtig gute Position. Der Arsch. Wenn du Discord meinst, dann musst du Discord, äh, ausgleichen Discord machen. Oder unterm, äh, Stream-Geruch. Ich hab dir hier oben alle abgeballert. Ne, ne, da ist noch einer. Äh, wenn du... Siehst du mich? Ich hab drei Leute abgeballert. Also hinten in meinem kleinen Haus ist einer. Und, und, da oben. Ronald, bist du das? Ja, okay. Schieß dich, hab ich. Okay, komm hier hinten hin. Komm hier hinten hin. Hier ist noch einer. Der steht bei dem Rücken hier. Au, 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 da ist noch einer auf dem Boden. Kurz geht raus, den Follow. Rechts oben hast du noch einen, auf der, auf der Brücke. Willst du den? Oder war das der gerade? Warte, hier sch... Warte kurz. War da gerade einer. Ich hab den noch angeschossen. Wer schießt denn hier? Da ist er. Au, ne, um, 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 um. Okay, beruhig dich. Wir werden mal kurz schwimmen. Dumme Sau. Ja. Ist tot. Es schießt hier noch von irgendwo. Na, aktuell schwimmen wir zu zweit. Und auch nur mit Leuten, die wir kennen eigentlich. Ah, da. Ei. Hallo. Ich hab dir von dir in den Sack geschossen. Und am Stützen nicht. Was ist mit dir? Waren die alle Fleisch dabei? Das ist viel interessanter. Shit brauchen wir eigentlich nicht. Hier ist noch einer, der shootet. Da. Da ist einer. Ähm. Okay, walaun. Wiener lang. Wiener lang.